Hallo. Heute gehen wir mal auf Strände. Ich glaube, diesmal sind wir in Vietnam. Mal schauen, wie gut sie sind. Ja. Und so, jetzt grüße ich mal Aaron und Karl. Guten Tag euch alle. So, auf zum Video. Okay. Jetzt darf ich richtig sein. Ja, die zehn besten Strände aus Vietnam. Jetzt setze ich euch das Mikro, weil das Ding da nicht gut ist. Mal schauen. Ja. Ach ja, wenn ihr im nächsten Video gekürzt werden wollt. Was war mein Sprach heute los? Wenn ihr im nächsten Video gekürzt werden wollt. Erster Kommandag. Okay. Was geht's. Travallity. Kuidai Beach. Ah. 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 Kenn ich nicht viel ... aber das sieht gut aus. auch nicht schlecht hoi an glaube ich die leistung verspätten lander schau wieder feuer um das sieht gut aus ja nicht schlecht platz 6 da lang alles aus sagen so muss es sein kann mit amerikanischen mitteilten locker mehr so ja 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 kann weiß nicht wo es ist ja sie ist aber schnell glaube ich doch glatt beach ja kann sich sehen lassen nicht pfuh kock alles was vocelli war oder ja nicht schlecht ist da wissen was sie suchen noch ein anderer sondern Dann kriege ich noch da drauf, ok? Außer So, ich habe noch andere 10 besten Pichys in Vietnam gefunden. Ist aber auch kurz. Läufig ist jetzt das gleiche. So, los gehts. Chiang Pu Pich Ja, nicht schlecht. Jemchu Au Das sieht doch geil aus. Dann noch Ja, nicht schlecht. Super Ich glaube besser als wo es sei. Es wird dann Von Chiang Pu Ja Ja Katwa Island. Ah, cool. So ne Hütte Konzert oder sowas. Magisch. Magisch. Auch fein. Ist ja nix schlechtes dabei. So ne Hütte Konzert. Mühne Hütte. Oh mein Gott, klaut einfach den Arme von der Meiko. Okay schon fertig. Ich bin bei 6 Minuten, ich glaube es reicht. Ja, danke für das Zusehen. Ihr wisst ja, wenn ihr begrüßt werden wollt, in den Kommentaren, nein, erster. Okay, bis dann.